Ich habe mehrere Fragen. Leute, wo seid ihr? Hinten am Schiff. Da, ich komme. Da, okay. So. Das ist ungeduldig hier. Okay, Andi, let's go. Ich kenn mich hier ja nicht aus. Ach so. Warte, wo ist, wo ist, wo ist Yusuf? Ah, fuck. Da ist ein Bienennast. Ja. Müssen wir uns merken fürs Ende. Das ist nicht gut, Leute. Ja, der ist nicht gut. Andi noch da? Da, ja. Ja, ja. Da hätt'n Main Entrance. Okay. Oder wir gehen in den Feuer-Exit. Äh. Lass mal Main Entrance machen, zur Sicherheit. Okay. Und dann gucken wir nochmal. Ich hätte halt, ich hätte halt gerne den High Ground, weil irgendwas habe ich schon mal unten spawnen sehen, weißt du? Ah, da ist er ja. Yusuf, wir sind hier oben. Stamina, äh, äh, waka, 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 eh, eh, eh. Stamina, äh, nicht vorhanden hier. Oh, warte mal, was ist denn das hier? Warte mal. Secret Entrance? Secret Third Entrance? Hell no. Nope. Nothing. Leider nichts. Leider nichts an Loot. Schade, schade, schade. So. So. Äh, Ryo, ich bin im Gebäude, Walkie Talkie ist an. Alles klar. So, Jungs, ich bin mit bei euch. Yo. Wait, wo ist Andi? Ich habe Alkohol. Sehr gut. Bin alleine. Guter Mann, guter Mann. Gerne schon mal vorne platzieren. Naja, genau. Hallo. 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 Warst du schon bei euch auf der Seite? Äh, ja, ja, war mir schon. Hier geht's auf jeden Fall. Da hinten nach der Seite geht's weiter. An der stabilen Brücke lag offen etwas. Doh, gut gesehen. Soll ich mir später nochmal? Soll ich extra ins Netz gehen? Äh, von links kommt was, sagt Ryo. Spinne? Stop, Spinne. Haut sie, haut sie. Fuck, sie wählen mich irgendwie. Fuck, sie hat Andi. Was? Ich habe sie doch gehauen? Äh, beide tot. Excuse me? Andi, sie hat dich weggetragen. Hallo. Sie hat dich weggetragen. Sie sind beide tot. Ich habe sie gehauen währenddessen und sie hat mich trotzdem gekillt. Wenn du in eine Hitbox reingehst, dann töte sie dich. Ach so? Wenn du in eine Hitbox stehst. Wow. Einen Hit habe ich ihr mitgegeben, aber halt leider nur einen. Wow. Ich habe ihr vielleicht zwei. Äh, ich glaube, die zwei sind tot. Kannst du die teleportieren? Weil ich weiß jetzt nicht, ob, äh, Ding, äh, noch lebt, Alex. Äh, der ist da um. Scheiße. Lass mal gucken. Ja. Ja, ja. Oh. Ja, he is fucking dead. Nein, 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 ich bin nicht tot. Ich bin, ich bin nur wie Frodo, weißt du? Mit Frodo und Schilop. Was? Ich bin nur eingeschläfert. Ach so, ja, 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 klar, 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 klar. Cool, cool, cool. Tut mir leid. Ich hoffe, er findet das Walkie-Talkie. Wir wollen ja natürlich nicht, dass wir alles verlieren. Ja, bitte, danke. Die Spinne ist genau vor mir, das tue ich mir nicht an. Nee. Ich verpiss mich. Hauptsache, das Walkie-Talkie, oder? Hat er, hat er, hat er Walkie-Talkie und Schaufel. Äh, du kannst ihn teleportieren, nur so zur Info. Äh, der ist safe tot, aber, äh, du kannst gerne, wenn du willst, äh, zum Haupteingang gehen. Da liegt ein bisschen Loot und da müsste ich jetzt hin und her durchgehend gehen und wenn wir zu zweit werden, werden wir schneller. Ach nee, lol, ich lieg hier. Du bist der Eingesponnene. What the fuck? Echt? Oh, lol. Ja. Kannst mal sehen. Ich hab da, äh, ich, äh, fuck, ey. Ja, okay, ich wusste das mit der, äh, Hitbox nicht. Ich dachte, wenn sie dich trägt, kann sie mich nicht angreifen, weißt du? Ja, falsch gedacht. Sorry. Sorry dafür, Leute. Falsch gedacht. God fucking damn it. Na ja, gut. Deine, tue mir deine Blödsinn, dass ich noch ohne Sturm bleibe. Ja. Keine Ahnung. Schade, schade, schade. Na ja, gut. Na ja, gut. Okay, Rio ist auch mit am Schüssel. Vorhin schon. Wo genau wird der Code eingesetzt? Ähm, zu Gs, Kuntz? Auf jeden Fall über diese Brücke rennen, ja. Immer wieder. Ja, ja. Ah, ja, ich auch. Er, er, er will's wissen. Hab ich auch vorhin gemacht. Er will's wissen, du. Oh, hat kein Platz mehr für die Schraube. Scheiße. Das Ding bricht zusammen. Er rennt nicht, was sehr klug ist. Ja, aber das Gewicht, ne, ah, okay. All right. Ja, aber wenn er, ich glaube, wenn er gerannt wird, dann wir es jetzt haben gebrochen. Naja, das glaube ich auch. Doiler, ich habe eine Frage, wie ihr eure Sachen im Schiff gestellt habt. Hält das euch auf, ins Weltring ausgeschmolzen zu werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, Weltall ist immer scripted death. Da hast du halt verkackt und dann stirbst du. Ich glaube nicht, dass uns das, äh, auffällt. Hast du das? Ah ja, 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 hallo. Ah, okay. Hast du alles? Nee, da war noch die große Schraube und so. Okay, dann, nimm, ja, dann komm ich. Also, dann gehe ich, ne? Oh, fuck. Ja, sehr sauber. Guter Angestellter. Das ist ein guter Angestellter, Leute. Er packt das ordentlich wieder in den Schrank. Guter Mann. Ja, so, so, so muss das sein, Andi. So muss das sein. Guter Mann, guter Mann. Wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Aber das hat es kurz verleihen wird. Aber wir werden, also, ich warte mal, dass sie zurückgehen jetzt beide. In meinen Stream, wenn wir noch weiter spielen. Keine Scheiße bauen. Okay, ähm, die Sachen von den anderen kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr gerettet, ne? Die habe ich alle mitgenommen, ja. Die habe ich schon ins Schiff gelegt. Ach so, auf die, das andere Walkie-Talkie noch? Ja, genau, habe ich alles hingelegt. Ah, nice. Extra geschaut, dass wir da nichts verlieren, zumindest. Das ist doch gut. Haben sie gut gerettet, ja, 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 stimmt. Mehr als Bescheid sagen, dass da was angerannt kam, konnte ich nicht. Nee, ist ja richtig, ich konnte ja, nee, 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 nee. Ja, die Spinne kommt und, äh, wie gesagt, ich dachte halt wirklich, die frisst dich gerade. Ja, ja, das konnte ich auch nicht aussperren. Das war halt scheiße. Ja. Gut. Nice, dann, würde ich sagen, fahren wir wieder. Ja. Das heißt, einfach auf Start-Chip oder was? Ja, ja, genau. Ich darf auch länger halten. Weil ich glaube, wir brauchen da jetzt nichts mehr. Äh, die Sachen, die ich mitgebracht habe, habe ich hier auch wieder einsortiert. Ich hatte halt die Walkie-Talkies hier nicht gesehen, deswegen, dass die ich sprach mal, also das war. Ah, nee, nee, kein Problem. Genau, so, da sag ich mal. Entsnarrt in der Bank, ja, 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 beide. Ah, mich wundert's, dass, äh, alles gleichzeitig wie der andere starb. Na ja, so ziemlich, ja. Hallo. Hallo. Der hat, der hat ja, der hat ja einfach nur den, der hat, äh, Andy einfach nur angehlt. Und auf einmal bist du auch instant gestorben. Ja, die Sache war, äh, ich, äh, ich bin auf sie zu und, ähm, wollte sie halt klappen, weil ich dachte, während sie Andy trägt, kann sie mich nicht verletzen. Aber nur, nur zu nah dran stehen killt schon, weißt du? Das wusste ich nicht. Mhm. Das wusste ich halt nicht. Warum sagen alle, fahren wir wieder los? Das sagen echt viele. Ja, eigentlich fliegen wir wieder los, ne? Eigentlich. Auf, auf und nach vorne hier. Ja. So. Ich nehme meine Laterne. Äh, Laterne. Mhm. Oh, ja, da ist doch ein Walkie-Talkie am Boden, falls, äh, wer noch eins braucht. Das ist, glaube ich, je eins von euch. Ja, das hat der Alex ja. Na, wie ihr wollt, äh, wer von euch für diesmal im Schiff die Calls machen? Äh, äh, ich würd sonst noch weiterspielen. Also, ich hätte jetzt den Titan als Aufwahl. Ja, dann geh ich gerne in, äh, in die Lobby. Dann, dann gerne Titan, ja? Äh, Titan tue ich mir nicht. Du bleibst hier, ja? Okay. Ja. Ich probier mein Messers. Also, ich mein, in Titan kann man nicht wirklich viele Türen zu machen, weil die meistens, äh, in so einer luxuriöseren Sache sind. Naja, bei Rent hab ich Eclipse, bei Dein hab ich Eclipse? Nee, nee, dann, 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 dann macht Titan, ist ja alles cool, dann machen wir das zu dritt. Äh, Offens, Offens hab ich noch, ist Rainy. Ja, das klingt doch gut. Ja. Äh, Titan würd ich auch gerne sehen, das, äh, das war das mit der Villa, wo ihr vorhin wart, ne? Äh, ja, dein ist, äh, meistens auch mit deiner Villa. Achso, ja, dann, äh, Titan, ja? Ja, ist halt, äh, ist halt kein, irgendwie, Debuff, oder kein schlechtes Wetter, sag ich mal. Weil Rainy kann ja auch schon abfucken. Das können wir uns nicht leisten. Achso! Äh, ja, dann geh auf, äh, wo es regnet einfach, weil Regen, ja, das, das wusste ich nicht. Ja, das, ja, kann ja anders. Vor euch da was Falsches entschrehen. Das wusste ich nicht, dass es Geld kostet. Ich dachte, wir können einfach überall hin, aber, I guess not. Genau, und das wäre dann der abschließende Planet für heute, ihr Lieben, ja? Von meiner Seite aus. Also, Glanzleistung. Ja, also ich will noch weiterspielen, also falls ihr Lust habt, äh, könntet ihr noch weiterspielen. Äh, was soll ich weiterspielen? Äh, Glanzleistung, hier, äh, anstrengend, das war's. Meine Güte. Zeigt, was ihr könnt. Nicht sterben. Ja, ich bin auch schon durch, Alter. Langer Tag, du. Also, bei mir wird's dann weitergehen, also, falls ihr dann halt, äh, mitspielen wollt, äh, Andi und Ishu. Oh, ja. Waiting for crew. Alright, Leute. Okay. Na dann. Attacke. Warte, äh, Ryo, äh, du musst walkie-talkie, ja? Ja, ja. Sehr gerne, sehr gerne. Warte, wo seid ihr? Äh, jetzt werden wir einmal ein bisschen Kaffeegrenzen halten, wenn das, äh, wieder kämpfen. So, Andi, ich bin bei dir, Ryo? Jawohl, er kommt. So. Ist da mal ein Fire-Exit rein oder ein Robbel? Äh, Fire-Exit, oder? Ja. Achtung, Krebsat. Oh, Gott, was? Ja, was singst du an der... Oh, oh, lol. Krebsat und so. Ja, okay, dann lass uns... Ja, dann, dann, normal. Ich, ich folge dir, Andi. Wir folgen dir. Alter. Ja, nee, Quatsch. Hier lang. Schöne Scheiße, Alter. Was müssen wir bei Treibsat machen? Einfach nur springen, oder was? Äh, ja, hatte ich aus dem Bereich, glaube ich, rauspringen und springen, eventuell, äh, weiß ich nicht. Okay. Erstmal links lang wahrscheinlich? Also hier rechts ist ein Geschütz... Achso, das ist geradeaus. Willst du rechts machen? Warte, warte, warte. Achte, Geschütz. Geschütz ist aus. Äh, was? Ah, das andere. LOL. Da ist noch eins. Warte, ist das Walkie-Talkie runtergefallen? What the fuck? Äh. What? What? Ah, scheiße. Es ist genau in dem Moment angesprungen, wo ich das Walkie-Talkie genommen habe, und wieder zurückrennen, weiter. Ich war schon angehittet. Oh, nein. Hab ich zu spät. Lackt's bei mir? Ja, Leute. Erfolgreicher letzter Run, das ist ja eigentlich... Ja, das ist ja eigentlich... Wow. Oh, ja. Seid ihr ernsthaft alle gestorben, weil ich... Oh Gott, ich bin so schlecht, es tut mir so leid. Die Geschütze, Alter, die... Es tut mir so leid, es tut mir leid, es tut mir so leid. Was passiert? Oh mein Gott. Das ist ja jetzt eine schnelle Runde gewesen. Aber die Todes stehen auch richtig beschissen, ne? Alles, geschützt uns aus. Ja, es sind alle gestorben, Alter. Ja, fliegt euch hinterher, so. Ja, ja. Geschützt uns aus, denen sind ja, okay? Bam. Fuck, ey. Äh. Was ist das? Ich will jetzt... Okay, weißt du was? Oh Gott. Oh Gott. Ja, geht das walkie-talkie holen? Da waren halt zwei, ich konnte halt fast nicht... Aber das Schiff geht in einer Stunde, ne? Genau, oh. Nein, nein, nein! Nein! Oh mein Gott! Treppstatt, treppstatt, treppstatt! Ne, ne, ne. Das... Oh, das wäre so gut gewesen. Comedy Gold. Natürlich werde ich tötert. Das wäre es jetzt noch gewesen, Alter. Also, zack, alle wieder zurück zu den Posten. Ich hätte sonst den Loot geholt, aber da... Ja, alle gesagt haben, dass wir früher fahren hätten. Da bin ich jetzt nicht gegangen. Weil sonst wären die vielleicht gefahren und... Ich wäre nicht da gewesen. Tut mir leid. Oh mein Gott, da waren zwei Turrets und dann musste ich nach Walkie-Talkie. Das... Ich bin überfordert. Eieieieiei. So leid. So leid, wirklich. Alle Turrets. Ein wunderschön. Oh Gott. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich habe nämlich gesehen, dass die ganze Zeit da Loot war. Und dann habe ich mir so gedacht, warte mal. Da muss ja was sein. Und dann habe ich sie mir so gesagt, auf Amit bekomme ich keine Antwort. Alles so still und dann denke ich mir so... Oh fuck. Die ist mein Internet gerade abgestürzt. Und dann habe ich im Chat gesehen, so alle tot und so. Und da habe ich mir gedacht, okay. Ich glaube, ich televertiere die Leute mal. Weil ich wollte eigentlich jetzt extra nochmal zurückgehen, aber da wir ja früher fahren mussten. Ja, ja. Hat sie auch so gesagt. Alles cool. Da kann ich jetzt den Loot nicht mehr mitnehmen. Nee, passiert im Besten. Äh, ich... Einfach mal so die... Die Turret, ne? So, die Turret ist down. Okay. Ja, Turret up, down, up, down. Der ist die ganze Zeit... Ich habe alles durchgehend probiert, weil ich dachte, dass ihr extra nochmal in den kleinen Raum geht, weil da war wirklich die ganze Zeit looten. Und ich wollte das die ganze Zeit sagen, aber es ist halt niemand reingegangen. Und dann war ich mal warte, wie ist ein Ameisenhaufen, ne? So komplett woanders. Und dann musste ich ja multitasken. Naja, das Problem war, der Raum hinter dem einen Turret war halt abgeschlossen. Das heißt, wir mussten erst eigentlich den Key aufheben und dann den Key da reinstecken. Und, äh, das war halt blöd, weil in diesen beiden Gangen... Ich wollte auch einfach nur gehen. ... im Haupteingang waren halt auf beiden Seiten Turrets. Das war... Ja. Oh, scheiße, das tut mir so leid, aber... Ja, beim nächsten Mal. Ganz entspannt. Ne, es war... Es war eine schnelle, beendende Runde. Muss ja auch mal sein. Ähm, an der Stelle hier lieben, lieben Dank an euch. Äh, ich bin raus aus dem Game. Lieben, lieben Dank fürs Mitspielen. Entspannten Abend euch und wir hören uns, wir sehen uns, ja, ihr Lieben. Und, äh, ich bin raus aus dem Game.